Liebe Gitter, liebe Freunde in Israel, ich grüße euch ganz herzlich hier aus Deutschland. Ich bin Marina Rentschler und ich leite ein Interviewprojekt. Es heißt Zeugen der Zeitzeugen. Hierbei interviewen junge Deutsche die letzte Generation der Holocaust-Überlebenden. Unser Anliegen ist es, dass eure Geschichten von Generation zu Generation weitergetragen werden. Und darüber hinaus, dass Freundschaften gebildet werden und auch diese in die Zukunft weiter bestehen von Generation zu Generation. Ich wünsche euch ein wunderbares Fest und ich danke euch für eure offene Herzen, wie ihr uns in Israel immer wieder willkommen heißt. Bis auch bald, auf Wiedersehen. Ich bin Daniel, ich bin Kar in Bavaria, in Ammania. Und ich bin sehr froh, dass ich in all Eishloach sehr viel Shalom für Israel-Überlebenden. Jetzt in Ehrnit. Ich bin wirklich glücklich, dass ich ein Herzlichen Grünen von Deutschland bis zum Israel. Und mein Wissen ist, besonders für eurem Eltern, dass wir, mit der Hilfe von Gott, eine bessere Zukunft für die Welfare der Bevölkerung von Israel und Europa haben können. Shalom. Heute, wir feiern die 70 Jahre, seit der Second World War war. Und die Welt hat sich sehr verändert. Aber es ist immer noch wichtig, heute, als immer, zu keep the memory alive, zu continue telling the stories, und zu ensure, dass das nie wieder passieren wird. Nicht in Deutschland, und nicht in allen anderen in der Welt. Anti-Semitism und Diskrimination still exist, aber als lange sie weitergehen, wir werden sie weitergehen. Ich möchte, dass meine Güte und die Zukunft wiederholfen, um die Zukunft zu erreichen, und zu zeigen, dass deine Generation, dass Deutschland verändert, und dass die Dialog, die Erinnerung, und die Aktion, gegen alle Formen von Diskrimination und Anti-Semitism, weitergehen. Das ist deshalb, dass ich die Zeit der Zeit-Zollein-Programm, und ich bin sehr froh, dass Sie heute an dieser sehr besonderen Einflussendung geben. Liebe Gita und Michael, liebe Freunde, mit denen wir in Deutschland oder in Israel haben, wir von der Organisation von Zeugen der Zeitzeugen herzlich willkommen mit 70-jährigen Krieg nach Faschistischer Deutschland. Wir lieben Sie, wir lieben Sie, wir lieben Sie. Wir sind sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit und wir wollen uns über die Gefühle, die wir mit ihnen beschäftigen. Wir wollen Sie lernen, um die Schmerzen zu entwickeln. Wir wünschen Ihnen vieles Leben und Glückwunsch. Wir wünschen Ihnen новых встреч. Wir lieben Sie und wir lieben Sie, Gott, Abrahama, Isaac und Iacobo, um der Welt in Ihrer Lande. Untertitelung des ZDF, 2020